Willkommen zurück zum Freebies-D Grundkurs. Ich habe mir überlegt, wir machen es doch mal chronologisch. Und ich möchte einfach mal kurz darüber reden, wo ich Freebies-D so einsetze. Ich habe damals in einem Verlag gearbeitet, 14 Jahre lang. Und da hatten wir zuerst Windows, noch bezüglich meines Vorgängers. Dann hatte ich da schon einen BSD-Server mal hingestellt für die Website-Entwicklung. Das war eigentlich jetzt bei der Geschäftsleitung sehr gern gesehen, als ich denen das erklärt hatte. Bei meinem Vorgesetzten aber nicht so. Und ich durfte ihn aber dann trotzdem benutzen und behalten. Vor allem, weil BSD ja relativ kostenfrei ist. Nämlich Freebies, die kostet gar nichts. Und die Hardware stand da sowieso noch rum. Ich hatte schon davor Freebies, die eingesetzt in der Firma, in der ich gearbeitet hatte. Und auch privat schon. Und habe das dann so Stück für Stück ausgebaut. Und mein Vorgesetzter ging dann eines Tages. Und wir hatten dann etliches noch an Hardware da stehen und mussten halt irgendwie irgendwas damit machen. Wir mussten ja Daten speichern. Und ein Verlag hat eine Menge Daten. Seien Bilder, Artikel, irgendwelche Videos, Recherchen. Also es fällt eine Vielzahl an Daten an. Ich kann es gar nicht so sagen. Und neben der Programmierung, dort habe ich natürlich auch das Netzwerk komplett betreut. Und so haben wir dann da Freebies, die eigentlich für alles eingesetzt. Das fing am Anfang erstmal an mit, ja, wir brauchen einen Web-Server. Dann kam es relativ zügig, wir brauchen einen Datenbank-Server. Dann lief da halt so ein MySQL drauf. Dann hieß es irgendwann, ja, wir brauchen ja auch Datei-Server, weil das Windows 2000, das wird nicht mehr so supported. Dann haben wir da mit Samba und NFS und so Datei-Server gebaut mit. Dann haben wir aber auch direkt gesagt, komm, dann machen wir noch DHCP und DNS und alles Mögliche da drauf. Und so wurde dann das Freebies-D-System das Grundsystem unseres Netzwerks. Wir hatten da mehrere Server, die sich dann gegenseitig repliziert haben, die auch Failovers hatten. Beispielsweise mit Hust haben sich zwei Server repliziert, die Daten. Und dann gab es per Carp einen Failover und so hatten wir dann eine relativ hohe Ausfallsicherheit. Ist vielleicht jetzt das falsche Wort. Eine hohe Verfügbarkeit hatten wir auf jeden Fall. Also in den Jahren, in denen das lief, hatten wir jetzt nicht einen Tag, wo wir nicht arbeiten konnten. Es gab ein paar Tage, wo wir schlechter arbeiten konnten. Das lag aber jetzt nicht am Freebies-D an sich. Das lag an unserer Hardware-Wahl. Da waren wir ein bisschen sparsam. Sollte man nicht sein. Aber Freebies-D wurde dann immer und immer weiter eingeführt, sodass die Hauptsysteme tatsächlich aus Freebies-D bestanden bei uns. Wir hatten dann mehrere Server. Die Web-Server liefen mit Freebies-D, auch in einem Failover-Verbund. Und wir haben dann da etliches an Datenbank-Servern gehabt. Wir haben eine eigene Verlag-Software geschrieben. Und dann hatten wir PostgreSQL als Datenbank-Management-System, was da drauf lief. Über Jahre hinweg durchgängig fehlerfrei. Und das hatte sich dann auch in meiner Abteilung, die auch langsam wuchs, bekannt gemacht. Das ist ein Rock-Stable-System. Und dementsprechend haben wir das dann an den meisten Stellen eingesetzt. Vor allem, weil sich ja dann eine gewisse Kompetenz auch gebildet hatte. Diese Kompetenz haben wir dann immer weiter ausgebaut. Das haben wir dann auch an unsere Azubis versucht zu übertragen. Wie gut das geklappt hat, weiß ich nicht. Aber wir hatten alle auch unseren Spaß damit. Ich hatte dann auch jetzt das Freebies-D als Workstation 2009 bis 2016 nahezu ausschließlich im Verlag benutzt. Für Softwareentwicklung und Administration. Und das kam aufgrund eines Contests. Ich hatte damals einen Azubi. Und der meinte, ja, ich benutze Gentoo Linux. Das hatte ich auch etliche Jahre benutzt. Ich würde das gerne auf meiner Workstation benutzen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann benutze ich Freebies-D. Also das eigentliche Verlagssystem war Ubuntu dann irgendwann. Bis auf die Redaktion, die hatte Macs. Und die Produktion auch. Aber alle anderen haben dann tatsächlich Ubuntu gefunden. Wir haben dann gesagt, gut, komm, wir machen mal einen Contest, der er am längsten durchhält. Leider hat uns der Azubi dann relativ früh nach der Ausbildung oder sofort nach der Ausbildung, glaube ich, verlassen. Der wollte dann studieren. Ich hoffe, ihm geht es gut. Viele Grüße nochmal an dich, falls du zuhörst. Und ich habe dann tatsächlich bis 2016, bis der Verlag leider die Türen zugemacht hat, aufgrund einer Insolvenz, Freebies-D als Hauptsystem eingesetzt. Und mein direkter Kollege auch. Das lief eigentlich immer sehr, sehr rund. Ich habe hauptsächlich Window-Maker eingesetzt als grafische Oberfläche und dann irgendwann später, dann aufgrund des Komforts auch KDE, und konnte immer super arbeiten. Also es gab nicht einen einzigen Tag, an dem aufgrund des Betriebssystems ich nicht hätte arbeiten können. Das hat mich immer sehr aus den Socken gehauen, so aus den Socken gehauen tatsächlich, dass ich jetzt sogar von 2009 bis 2020 Freebies-D ausschließlich auch im Homeoffice und zu Hause benutzt habe, bis ich dann jetzt dann aufgrund verschiedener Dinge auf Mac umgestiegen bin. Mal wieder. Insofern, also wir haben Freebies-D als etliche Systeme benutzt. Man kann Freebies-D auch als Firewalling-System einsetzen. PF wird mitgeliefert, es wird auch eine eigene Firewall-Software mitgeliefert, der im Namen mir gerade entfallen ist, weil ich sowieso nur PF benutze. Wobei ich für PF bisher immer OpenBS-D benutzt habe. OpenBS-D ist auch ein ganz, ganz tolles Betriebssystem. Wir hatten da damals im Verlag zwei Firewalls, die auch im Failover-Verbund liefen, und das lief auch hervorragend. Also Freebies-D kann man letztendlich für alles einsetzen, wofür man Computer einsetzen kann, sofern es die benötigte Software dafür gibt. Ich habe dann tatsächlich das System als Datei-Server eingesetzt, als DNS-Server, als DHCP-Server, im Failover-Verbund, als NFS-Server, eine ganze Weile als AFP-Server, als Boot-Server, man konnte von den Maschinen halt tatsächlich booten, als Virtualisierung-Server, als Jail-Server, als Entwicklungs-Server, als alles Mögliche. Und das kannst du letztendlich auch. Du kannst halt aus Freebies-D ein wunderbares Serversystem machen, du kannst ein wunderbares Desktop-System machen. Es ist nicht so einfach wie jetzt bei Linux-Distribution XYZ. Also du musst ja schon alles selber zusammenbauen. Du solltest dann auch halbwegs wissen, was du tust. Aber wenn du das Grundprinzip einmal verstanden hast, ist es sehr, sehr einfach, damit umzugehen. Du kannst halt dein Netzwerk damit verwalten. Es gibt auch Ansible, es gibt Zabbix, es gibt Negeos, es gibt etliches an Tools für dieses System, auch Solstack. Und es gibt einiges an Datenbank-Servern, sei es jetzt PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, Firebird und was weiß ich was, MongoDB, CouchDB und wie sie alle heißen. Wenn ich dir was empfehlen darf, wenn du mal gucken willst, welche Software es so verfügbar gibt, ohne jetzt dir ein Freebies-D zu installieren, guckst du mal auf Freshports nach. Ne, Freshports oder Freshmeat? Ne, Freshports glaube ich war es nach. Und ich verlinke das noch unten. Und guckst einfach mal, ob deine Software verfügbar ist. Nicht alles läuft hundertprozentig rund. Das muss man immer bedenken. Man darf nicht vergessen, die Basis fast aller Unix-uidenfreien Software ist Linux. Vieles wird auf Freebies-D portiert. Vieles läuft auch so schon. Einiges muss gepatcht werden. Das haben aber die Freebies-D-Leute oder die Maintainer der Ports schon für dich meistens gemacht, sodass du dich da gar nicht groß drum kümmern musst. Aber es läuft jetzt nicht alles. Also beispielsweise daraus ein Multimedia-Center zu machen, wo du dann Netflix drauf gucken kannst. Das wird nicht funktionieren so einfach. Es wird vielleicht sogar gar nicht funktionieren. Oder es als Spielrechner zu benutzen. Das wird auch nicht funktionieren. Außer du spielst nur einen ganz marginalen Teil an Spielen. Vielleicht Emulationen. Scum-VM zum Beispiel gibt es. Minecraft habe ich lange auf Freebies-D gespielt. Ich weiß aber nicht, ob die aktuelle Version läuft. Minecraft-Server kannst du natürlich durchaus auf Freebies-D betreiben. Browser gibt es noch und nöcher. Es gibt Chromium. Es gibt Firefox. Es gibt was weiß ich was. Also es gibt ganz viel an Desktop-Software. Auch Qt und Qt Creator. Also eine Unmenge an Editoren. Eine Unmenge an Compilern. Du kannst Free Pascal darauf auffahren mit Lazarus. Du kannst Java-Entwicklung machen. Ruby. Wie .NET geht. Mit Mono. Es gibt alles Mögliche. Auch Nischen, Dinger. Es gibt auch Brain-Fuck und was weiß ich was alles. Also du hast eine schier unendliche Möglichkeit mit diesem System zu arbeiten. Du hast auch Grafikprogramme. GIM, Krita, Inkscape. Was alles läuft. Carbon. Du hast Office-Suiten. Du hast auf jeden Fall Libre-Office. Du hast Apache Open Office. Du hast Caligra. Du hast Abbey Word, glaube ich. Gnumeric. Textmaker. Also Softmaker Office läuft, glaube ich, auch so ein bisschen. Nicht ganz so doll, aber es läuft. Laut meinem letzten Stand. Du hast eine komplette Linux-Emulationsschicht. Das heißt, du kannst auch Linux-Software ausführen. Du hast native NVIDIA-Treiber. Das heißt, du kannst dann da auch irgendwelche Berechnungen auf der Grafikkarte machen mit Kuda oder was weiß ich womit. Du kannst wirklich alles letztendlich machen. Du kannst automatisieren. Du kannst Netzwerk-Dinge machen. Die Anzahl an Dingen ist einfach riesengroß. Und das Gute an der ganzen Geschichte ist, es ist komplett frei. Es ist komplett kostenlos. Es ist freier als Linux. Das kann man jetzt positiv und auch negativ sehen. Und es macht eine Menge Spaß, wenn man einmal in dem System drin ist. Und dass das gar nicht so schwierig ist, das lernt ihr hier in diesem Grundkurs. Die Installation, die ist jetzt vielleicht nicht wie bei Windows mit drei, vier Klicks. Die läuft über ein textuelles Interface, aber auch da läuft ein Wizard ab, sodass man es sehr einfach installieren kann. Du kannst aber auch die gesamte Installation skripten. Oder du baust dir selber deine Installation zusammen. Oder du führst eine Installation händig durch. Das habe ich jahrelang gemacht auf gewissen Serversystemen, sodass man dann zum Beispiel eine Art Disaster Recovery machen kann. Ich bin eigentlich kein Freund davon, so ein altes System zu nehmen, wegzuspeichern und es dann irgendwann wieder herzustellen, sondern immer, dass man einen gewissen Stand wieder herstellen kann. Das heißt, ich habe zum Beispiel einen Dateiserver. Und da ist es ja theoretisch völlig egal, was für ein Betriebssystem drunter liegt. Und wenn ich diesen Dateiserver, wenn der jetzt noch mit FreeBSD 12 laufen oder auf FreeBSD 12 laufen würde, aktuell ist aber FreeBSD 13. Dann möchte ich bei einem Disaster Recovery, eigentlich würde das implizieren, aber ich möchte es nicht, noch ein FreeBSD 12 installieren, wenn es da einfach keinen Grund für gibt. Ich möchte dann, dass ein Skript mir ganz schnell aufgrund meiner Hardware ein FreeBSD 13 installiert und dann das Backup zurückspielt. Einfach mal die Skripte, die ich brauche, die Konfiguration, die ich brauche, die Dateien, die ich brauche. Dann läuft das rund. Das ist alles sehr einfach mit diesem System zu machen. Ich glaube, mein Installationsskript hat 100 Zeilen und da ist dann wirklich alles drin. Ich ziehe mir die Pakete runter für die FreeBSD-Installation, ich partitioniere alles, ich erstelle schon verschlüsselten Swap, ich installiere halt das Zeug, ich lege mir schon einen User an, ich konfiguriere IP-Adresse oder IP-Adressen und so weiter, ich installiere schon irgendwelche Packages oder was weiß ich was. Ich nehme es schon mit in mein Monitoring-System rein und so weiter. Und dann kann man es so weit treiben, dass man es tatsächlich von einem Boot-Server bootet, gibt den Namen des Installationsskriptes ein und setzt sich dann hin und trinkt eine Cola und dann läuft das schon von alleine. Aber du kannst FreeBSD letztendlich für sehr viel einsetzen. Was es natürlich nicht gibt, ist sowas wie Microsoft Office, Adobe Creative Suite, Zoom-Client, weiß ich nicht, ob der beim Browser läuft, wahrscheinlich schon, muss man mal ausprobieren. Diese ganze native, proprietäre, kommerzielle, closed-source-Software, da läuft das meiste natürlich nicht. Wenn du darauf angewiesen bist, dann wird es schwierig, ansonsten kannst du aber sehr viel machen. Du kannst ja auch zum Beispiel mit Asterisk eine Telefonanlage aufbauen. Mit Linfone kannst du auch ein Softphone benutzen, ist alles dabei, funktioniert alles sehr gut. Du hast auch OBS zum Aufzeichnen von Videos. Du hast VirtualBox als Desktop-Virtualisierer. Das ist relativ gut funktioniert, wenn du zumindest zum jetzigen Zeitpunkt darauf achtest, dass du keine SATA-Devices benutzt. Mit SATA-Devices, also mit emulierten SATA-Controllern, bleiben mir die VMs immer wieder hängen. Aber wenn ich dann IDE benutze, dann läuft das eigentlich ganz fluffig. Ja, das ist so der grobe Umriss, wofür ich FreeBSD so benutze oder benutzt habe. Wie gesagt, momentan benutze ich ja hauptsächlich macOS, vor allem jetzt auch für diese Videos. Aber wir fangen jetzt demnächst mal mit der Installation an und arbeiten uns einfach mal da so ein bisschen ein, wie benutzt man es, dass man vielleicht auch ein bisschen die Angst davor verliert, einfach mal ohne grafische Benutzeroberfläche zu arbeiten. Viele haben da irgendwie Angst oder eine Abneigung gegen. Aber wenn man mal lernt oder gelernt hat, was man damit alles machen kann und erreichen kann, dann sieht die Sache mitunter auch ganz anders aus. So, ich freue mich, wenn du bis zum Schluss dabei geblieben bist, hoffe dir hat das Video gefallen und dann steigen wir jetzt demnächst ein in FreeBSD Grundkurs. Vielen Dank fürs Zugucken und bis bald!